Meine lieben Freunde, heute mache ich mir wieder ein Musikvideo. Hört es euch an und es kann auch sein, dass ihr mal andere Geräusche hört, das hinter uns meine Haare. Naja, ich kann dann auch nichts dafür. Jedenfalls hört es euch an. Hey Leute, ich bin es nochmal. Tja, ich möchte euch nur etwas sagen, falls ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Du meinst, warum ich immer so Musikvideos mache und so. Naja, schreibt es einfach in die Kommentare. Jedenfalls hört es euch an. Jedenfalls hört es euch an.